Seid herzlichst, gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem tollen Spiel. Wir haben das dritte Rätsel gelöst hier bei dem Dings da. Und ich spiele auf leicht, wirklich auf leicht, aber ich habe einen Trainer, aber ich habe da nur eingeschaltet und endlich Streichhölzer. Also ich habe nicht unendlich Gesundheit und nichts, ich habe nur viele, viele, viele Streichhölzer, sonst habe ich nichts. Und, ja, gut. Und jetzt müssen wir, hier war ein Kontrollpunkt. Jetzt müssen wir, jetzt können wir halbwegs, jetzt müssen wir einfach zurück und schauen, ob man... Achso, jetzt ist, das ist wieder ein Video hier, also ein Dings da. Jetzt schauen wir nochmal schnell, ob man hier noch irgendwas abgreifen kann. Achso, das hatten wir schon. Jetzt müssen wir die Zahnräder einsetzen, da kann man nichts mehr abgreifen, oder? Abgreifen, abgreifen, äh, einsetzen. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir, da, jetzt, jetzt war es so, jetzt müssen wir, da waren wir drin. Schauen wir, ich weiß es aber nochmal, da, jetzt guckt einer. Guckt einer, wer guckt denn her? Wir haben ja einen Kontrollpunkt. Der da. Alter. So. Ähm. Ich hab, wie gesagt, sehr viele Streichhälzer, sonst nix. Alter Schwede, ich bin hier schon wieder halb tot. Ähm. Gut. Da waren wir schon überall. Da waren wir auch schon drin. Da waren wir, kann man da nochmal irgendwas abgreifen? Nee. Da waren wir auch schon drin. Da waren wir auch schon drin. Äh, jetzt können wir zurückgehen und speichern. Da ist nix drin. Äh. Jetzt speichern wir. Komm, ja. Rein spaßeshalber nochmal speichern. Äh, warte. Achso, jetzt haben wir alle drei. Genau. Aber wir könnten jetzt natürlich nochmal speichern. Du sollst speichern, äh, du sollst da reingehen. Alter, jetzt müssen wir uns na, komm, mach hin. Heile, heile Segen. Hm. So. Und schauen, ob wir was aufmüffen können. 50, 100, oh ja, weh. Da kriegen wir nix, oder? Hm. Da kriegen wir nix, oder? Nee. Ähm, gut, da kriegen wir nix. Aber wir haben, äh, ja. Speichern, bitte. Und jetzt müssen wir da reinwatscheln. Jetzt pass, obacht. Du sollst da hingehen. Alter. So, 1658, stimmt. Äh, jetzt, jetzt, äh, hm. Ja, ich wollte fast nochmal alles absuchen, ob ich was vergessen hab, weil ich spiel ja völlig ehrlich, bis auf die unendlichen Streichhölzer. Aber, na gut, jetzt gehen wir rein. Wir haben gespeichert. Na gut, gut, schauen wir speiseshalber nochmal da rein. Wo sind wir denn da wieder? Hä? Ich kenn mich schon. Wir haben da angefangen. Da haben wir angefangen. Ui. Ach, jetzt ist da offen. Achso. Bin ich da oben rein, oder wie? Nee. Entschuldige, das will ich jetzt wissen. War da nicht noch ne Tür? Na gut, jetzt gehen wir da rein. Jetzt gehen wir da rein. Alter, oh weh, oh weh. Alter. Jetzt wird gleich der Idiot kommen, oder? Ah, da ist er. Aber, ich kann wahrscheinlich nichts anderes machen, oder? Genau. Sauberer Schnitt, gerade durch. Halt das Schöne. Und jetzt? Dafür hat der Onkel Doktor kein Herz mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Oh weh, oh weh. So, und jetzt? Pause. Ich lese mal in der Lösung. Äh, rennt nach rechts durch den Gang. Rennt nach rechts durch den Gang. Kann man da nix mehr machen? Kontrollpunkt. Das ist nie verkehrt. Rennt nach rechts durch den Gang. Da ist schon wieder einer. Und jetzt? Geht ja nicht anders. Ich muss einfach mal weiter. Äh, komm. Mach hin. Ich muss einfach mal weiter, oder? Hilft nix. Und jetzt da rein, oder? Und jetzt? Alter! Und jetzt? Batsch. Game over. Ui! Hallo. Oh nee! Oh! So. Das ist Säge. Säge Teil 3. Oh nee! Alter Schwede! Und jetzt? Alter! Und jetzt? Was macht denn der? Will ich da jetzt wegrennen, oder was? Uah! Was muss ich denn machen? Ah, da raus, oder? Da raus, oder? Jetzt bin ich wieder da! Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Oh nee! Alter! Kontrollpunkt. Da war ein Kontrollpunkt. Ah! Ah! Gut. Das war's. Ähm. Gut. Aber wir hatten einen Kontrollpunkt. Jetzt warte. Hier läuten die Glocken. Pause. Äh, Kontrollpunkt. Ähm. Durch die Tür. Kontrollpunkt. Kreuz- und querverlaufende Träte gespannt. Berührte an einer Stachelfalle. Schleichgang. Und vorsichtig an den Träten vorbei. Schleichgang. Nicht kotze. Ähm. Schleichgang. Was trat der? Schleichgang. Schleichgang. Und welchen Träten vorbei? Schleichgang. 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 Ah, da wäre ein Gel gewesen. Schleichgang. Schleichgang. Muss aber halbwegs schnell sein, oder? Schleichgang. An den Träten vorbei. Und jetzt. Ah! Alter! Hilf! Oh, nee! Ach, komm! Und was muss ich jetzt machen? Ach, komm! Schleichgang und an den Träten vorbei. In der nächsten Szene lauft ihr zwischen riesigen Monika-Köpfen vorbei, bis ihr eingesperrt werdet. Oh Gott! Äh, rauscheinander. Und ihr müsst einen anderen Durchgang finden. Ist da mal so. Alter Schwede. Kontrollpunkt. Das ist nie verkehrt. Und wieso, wieso geht jetzt so das Ding? Alter Schwede. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und jetzt. Ah! Und die. Will ich da jetzt spinnen? Wir gehen. Ah, jetzt muss ich das zertippern. Was war das zertippern? Alter Schwede. Oh ne! Ich bin grad irgendwie beschäftigt Ah! Ich bin grad beschäftigt Oh ne! Ah! Ich bin grad beschäftigt Und jetzt? Oh komm! Ja gut Also Ähm Was hätt ich denn da bei dem Drecksding da? Warte Ähm Die fiese Bärenfallen Häcksler Äh Zwischen Ähm Da müssen wir An den Dicken Ne warte Was müssen wir da machen? Da müssen wir da durch Und da müssen wir Schloss aufschießen Achtung Achtung Bärenfalle Und da Komm Ach komm Gut da sind wir Weihnachten noch da Gut ja okay Ähm Sehr schön So ein Spiel macht doch Spaß Muss man schon mal ehrlich sagen Ähm Macht wirklich Spaß Also tierisch Wahnsinnig Spaß Wahnsinnig Spaß Wenn wir das so tausendmal So nach dem tausendsten Mal Macht's doch mehr Spaß Ähm Ähm Die Drecksbärenfalle Hä Äh Ähh Da kommt die Drecksbärenfalle Und da muss man an dem Häcksler vorbei und das geht nicht. Und wenn jetzt, wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Ach, da. Ah, Kontrollpunkt bitte. Kontrollpunkt. Ah, nee, scheiß. Ach, boben. Ich möchte jetzt gar nicht die ganze Scheiße nochmal machen. Ähm, oder war da ein Kontrollpunkt dazwischen? Was ist jetzt kaputt? Jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Prima. Ja, ich meine, so ein Spiel macht Spaß. Äh, süß, wahnsinnig Spaß. Das ist süß, das kann man schon. Äh, Macht richtig Spaß. Äh. Und da muss ich an dem Ding vorbei. Und wo ist der sechs Kontrollpunkt? Und den muss ich da vorwärts sprinten oder irgendwas sprinten. Und da muss ich rückwärts sprinten. Rückwärts sprinten. Jetzt Kontrollpunkt. Ich kotze gar nicht. Jetzt ist, äh, komm. Ah, da hätte ich rückwärter. Also, ja, das ist das berühmte, dass man ja... Ich mag nicht mehr. Und jetzt? Pause. Jetzt schalte ich auf Pause. Ähm... Kartenfragmente. Jetzt haben wir ein Kartenfragment vergessen. Nehmt hier das grüne Gel und das Kartenweil und... In den riesigen... Was? Nee. Äh, Komm, grüne Gel. Grüne Gel und Kartenweil. Ich mag nicht mehr. Ja, so ein Spiel macht doch Spaß. Wo ist denn da ein Drecksgel? Kartenfragment. Komm, nimm das dämliche Kartenfragment. Kartenfragment 17. Stimmt das? 17, ja. Ähm... Und ab durch den angrenzenden Korridor in ein riesiges Sonnenblumenfeld. Da war jetzt aber hoffentlich ein Kontrollpunkt, oder? Weil sonst lösche ich das Spiel. Gut. Okay. Macht doch Spaß, so ein Spiel, oder? Also, wirklich. Muss man jetzt schon mal sagen. Alter Schwede. Und, äh... Ja, das machen wir noch und dann... Oh, nee. Und dann hören wir auf. Äh, also dann für heute. Dann machen wir... Gut. Und jetzt, warte. Ähm... Durchquert dieses und sammelt neben der Scheune noch... noch etwas Munition. Alter Schwede. Jetzt warte, machen wir ein Screenshot. F12. Ähm... Oh, nee. Ich kotze, alter Schwede. Das ist aber schön. Alter Schwede. Noch ein Screenshot. Komm her. Entschuldige. Gut, das macht... Da gehen wir jetzt schauen. Und dann ist aber der Kapitel zu Ende, oder? Warte mal. Ähm... Nee, nein... Ja. Durchquert dieses und sammelt neben der Scheune noch etwas Munition. Sammelt neben der Scheune... Da oben steht einer raus, ne? Sammelt neben der Scheune... Alter Schwede. Und jetzt, da kann man da nichts mehr... Alter, das ist aber schön, ne? Sag mal. Noch ein Screenshot, komm her. Äh... Da kann man da hinten noch irgendwas machen, ne? Wahnsinn. Ähm... Gel und Munition. Warte. Neben... Ich lese gerade in der Lösung. Dann ab durch die Vordertür. Uiuiui. Ist doch schick hier. Hallo. Wunderschön. Sehr schön. Und da drin gibt's nix. Ist doch schön. Na schön. Wo ist das dämliche... Wenn ich jetzt nach drei Kilometer in die Richtung gehe... Was passiert dann? Gel, wo ist denn das dämliche Drecks? Gel. Munition. Wo ist denn das dämliche Scheiß... Äh. Da. Und jetzt haben wir's aber, oder wie? Ah, nee. Oh. Wunderschön. Wunderschön. Der Baum. Was ist das noch? Der Baum. Nix, oder? Jetzt schauen wir mal, dass wir noch irgendeinen Schweizer Punkt oder so kriegen. Jetzt gehen wir da rein. Und jetzt kommt... Jetzt warte. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich weiß, dass du da bist. Pass auf, da passiert was. Warte. Sobald das Feuer ausbricht, bedient ihr als erstes die Winde bis zum Anschlag, damit der Aufzug bis an den Rand vor die Leiter fährt, zieht dann den Hebel, um den Fahrstuhl abzusenken. Stellt euch hinein und schießt noch einmal auf den Hebel. Alter. Ich höre dich atmen. Oh bitte. Wo ist da ne Winde? Ja, toll. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Wo denn jetzt? Ja gut, ey, jetzt schauen wir mal, lass mal irgendeinen Kontrollpunkt kriegen. Was ist das zu Winde? Wo ist das? Äh? Oh nee, was machen die Idioten? So, letzte. Mhm. Hey, ich glaub, da sind Kinder drin. Da sind Kinder drin. Ich hab nichts gehört. Aha. Was zur Hölle? Wo ist denn da ne Winde? Und jetzt? Oh bitte. Und jetzt? Oh nee. Haha. Ja. Entschuldige. Man sollte vielleicht... Ja, nee. Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Winde halten. Ich muss da oben raus. Also ich muss die Winde winden. Dann, also da rüber, oder wie? Da rüber, dann reingehen? Nee. Warte. Ich muss da rüber. Ich muss da rüber. Dann muss ich... Ähm. Alter. Bis zum Anschlag. Zieht dann den Hebel, um den... Welchen Hebel? Um den Fahrstuhl abzusenken. Da muss ich in den Fahrstuhl. Und dann muss ich auf den Hebel schießen, wenn ich das richtig gesehen hab. Da muss ich auf den Hebel schießen. Und jetzt muss ich schnell... Und jetzt kann ich jetzt noch was einsammeln. Das könnten wir anzünden. Nee, das wollen wir nicht, oder? Warte, kann man noch... Ich muss jetzt da raus, oder? Und dann? Und jetzt? Oh bitte. Hä? Ich mag nicht... Ähm. Äh. Naja, oder auch nicht. Bevor ihr jetzt nach draußen scharf kommt, dann schmeißt euch runter. Äh, anschließend... Bemannt... Bemannt ist Laura. Ich kotze gleich. Ich mag nicht mehr. Kontrollpunkt. Ich muss jetzt was bitte machen. Die umhauen. Die umhauen. Die... Ähm. Ich muss die umhauen. Ich zeige dir, was schmerzen sind. Und dann? Ich muss sie umhauen. Was? Anschließend bemannt ist Laura. Die Scheune kollabiert und er... Ich muss jetzt hier nur herumrennen, oder wie? Alter. Was? Und jetzt? Also... Doch... Doch mal umhauen. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Oh, bitte! Ich mag nicht mehr. Alter! Alter! Entschuldigung. Und jetzt? Bemannt ist Laura. Ich kann nicht mehr. Ja, mein Deutsch, das versteckt kein Schwein. Gut, wenn ich jetzt einen Kontrollpunkt kriegen würde... Ja, ich passt schon. Wirklich. Prima. Ja, ähm... Wer ist denn Laura? Ich habe eine Arbeitskollegin, die Laura heißt. Und jetzt? Ist das Spiel aus? Bitte! Ähm... Ähm... Alter, ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr viel machen. Ich glaube, das ist jetzt... Das machen wir jetzt noch fertig, weil... Machen wir nicht. Und jetzt? Ähm... Bin ich wieder da, oder was? Ähm... Was tut da so saublöd? Gut... Ah, da müssen wir durch, oder? Kann man da noch was einsammeln? Da ist zu. Einsammeln kann man nix mehr, oder? Kann man da noch was einsammeln? Nein. Also müssen wir da rausgehen. Da gibt's nix mehr. Gehen wir da raus. Dann... Was passiert dann? Nichts. Aha... Und... Komm, wir brauchen einen dämlichen... Kontrollpunkt... Ähm... Die Bücher waren schließlich. Äh... Bildschirm wird schwarz. Aha... Und das Kapitel ist Spielspeichern. Ich kann nicht mehr. Warte... Ne, da nehmen wir jetzt einen anderen. Okay, ich schalte aus. Äh... Ja, schauen wir noch kurz... Äh... Zurück, oder? Schauen wir noch kurz ins nächste Kapitel rein. Und dann machen wir aus. Ich mag mich nicht mehr. Ähm... Gut. Gespeichert haben wir ja. Ähm... So... Oh weia. Oh ne, da geht's irgendwie runter. Ja gut, ne, das machen wir jetzt nimmer. Okay, dann lassen wir's da. Okay, dann vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Video.